Ach, die Frau meiner Kinder. Ah, ha, ha, ha. Fio, ich bin dein Profi. Profi. Ich profi nur mit V, so wie Brody. Hallo, ich neulich. Ja, willkommen zurück zu einem weiteren Video. Heute schauen wir uns das neue Video von Hungriger Hugo an. Das kann nämlich gerade eben erst online, mitten im Stream, so hochgeladen worden. Und zwar Pokémon-Profis. Magana? Machst du mir bitte zwei Spiegelei und Orangensaft? Ja. Okay, danke. Orangensaft. Einfach Orangensaft. Oha. Was? Einfach so sagen, was sie mir teilt. Und dann die Agatha muss ich echt viel über sich ergehen lassen, wenn er mich die ganze Zeit am Blähn ist dann. Was ist denn der Junge? What? Gut, ich auch. Aber ich war es mir nächstes geschickter. Und poste das nicht so penetrant irgendwo rum. Nee, hab ich nicht. Ibi! Give me your, give me your, give me your attention, baby. Hm. Ah! Schrill! Sorry, hey. Haha. Was du wachst? Sorry. Was ist denn? Was machst du denn? Sorry, Digga. Ist ausversehen. Ich kann nicht... Ausversehen! Was? Wirklich, das ist ausversehen, wahr? Ja, das spielte mit dem Finger. Ach gut, der hat wahrscheinlich die Kante so gespielt. Dachte, das wäre die, die Kante hier. Ich gehe mit Astro auf Toilette, Digga. Ich war so lange am Pressen. Meine Beine waren so eingeschlafen. Ich bin aufgestanden und wahrscheinlich... Oh, Leute, genauso fühle ich das an. Genau wie dieses, dieses Signal hier. Genauso fühle ich die Beine an, dann dabei. Das eingeschlafen ist. Genau so ungefähr. Ich bin aufgestanden und wahrscheinlich bei fast jedem von euch ist die Toilette direkt neben der Wanne. Digga, ich bin in die Wanne reingeflogen. Also weißgoldene D-Dates oder generell Daytonas oder Ruhren in Weißgold von der Marke Rolex. Das ist gerade. Welcher Jahrgang bist du? 97. Du? 94. Du? Wenn ich zugehört hast, kurz. Ist das geil? Ich heiße Brody und du? Ja, ja, Hans und du? Ja, hab ich doch gar gesagt, ich heiße Brody. Das ist auch immer so bei mir. Wenn ich dann derjenige nochmal nachfragt. Obwohl ich Evi Candy getroffen habe, es hat sich irgendwie... Ah, ja, ich hab egal. ...starke Bindung. Weißt du, bei ihm ist so... Das sind so andere Vibes. Ich hab manchmal auch richtig diepe Talks mit ihnen und so. Und ich wette sogar, dass eine Mimi und Carina mehr Kontakt zueinander haben... Safe, ich sag safe. ...als ich zu einem Apo Red. Wo sind wir denn bitte befreundet? Geil. Das kenne ich schon. Oh, die Musik, woher kenne ich das? Ich nehm dich bei... Ist das von Sims à la Krim? Ne, woher kommt das Intro? Sims à la Krim, ne? Crank, Alter. Richtige Vibes wieder hier von früher. Uh. Ich hab mir das auch so überlegt, ob ich Sims à la Krim nochmal schauen soll. Ah, das ist auch geil. Aber die Jungs-WG. Oh, gibt's ne Jungs-WG? Wir haben letztens schon mal die Mädchen-WG geguckt. Vielleicht können wir auch die Jungs-WG auch noch gucken im Vergleich dazu. Trin gehen in den anderen raus, treffen die sich irgendwann. Gibt's dann ein Endgame zwischen den beiden. Jetzt. Ahaha. Pinch. Was? Er muss jetzt so einschlagen. Er muss jetzt so sein. Der hat's mal keinem geschafft. Er hat's mal keinem geschafft. Er hält die einfach auf, als würde er Geld empfangen. Wie, eine kleine Schleife. Oh, ein Mädchen-WG, ja. Hä? Folge 1 hab ich supermarkt. Spoiler jetzt! Spoiler! Eier? Das ist doch keine Eier. Das ist doch was, hä? Was für Eier? Echt? Oh, die Alexa. Riecht aus wie ein Ei. Ehrenbruder Kylo hat heute Geld. Hä? Oh, Mann, ey. Ehrenbruder Kylo. Der hat heute gefrikt. Oh, Mann. Oh, da diese Compilation dazu, ey, funny. Wir könnten jetzt irgendeine Armee ausdenken. Welche wollen wir nehmen? Die Erdwurst-Armee. Erdwurst-Armee. Erdwurst. Oh, man kennt die Erdwurst. Man kennt die Erdwurst. Double piece. Hier ist wieder das Tanzboot. Oh, das ist ja auch schon gemein. Richtiges Mobbing hier in der Tanzboot. Oh, weia, Alter. Nicht weiß nicht, ob ich es lustig finden soll. Das war schon lustig, doch. Aber ich schon nachdenke. Hat keiner vorher auch gesagt, Ui, Memo, guck mal da. Ja, genau. Der Hund. Oh, er kennt den Hund aus, aus, ähm, Man in Black. Diesen Hund, der ist ja auch so Notgeil drauf, so, sag ich mal, hier, Monte-Art. Und das ist quasi dann quasi der, der Hund von Monte, oder? So, damit besser zu passen. Auch ein Mops, glaube ich, hier. Gegen 20 Uhr startet er seinen Kreuzzug gegen die Blitzer. Erst eins. Dann zwei. Ehrenmann. Dann drei. Bis in ganz Gernsheim. Kein Blitzer mehr. Jo, wie viel Blitzer haben die denn? Das mutmaßliche Tatwerkzeug. Ein Traktor, ähnlich wie dieser hier. Mit maximal 6 kmh. Damit fährt der Täter die massiven Säulen an, bis sie abbrechen oder komplett umfallen. Warte mal, warte mal. Pokémon hat es zu beliebt. Wir müssen zu den Scheiß... Ey, was ist mit Papa Platte los? Das sieht aus wie Monte hier. Wir müssen zu den Scheiß-Sachen gehen. Äh, wir müssen zu den Scheiß-Sachen gehen. Ja, passt ja vom Outfit her ja auch schon wieder, ne? Oh, Mann. Ich rissenziere mich davor. Ich hab' deinen Arsch mal Eier getroffen. Ich bin die Eier. Als ob deine Eier in deinem Bauch sind, Dicke. Ich bin Pablo Emilio Escobar Gaviria. Jo, okay. Nicht, dass ich dir jetzt einen Antrag machen würde, aber willst du mich irgendwann heiraten? Und ich sag' euch ganz ehrlich, wenn wir mehrere Jahre zusammen sind, könnte ich mir schon vorstellen, dass sie die Frau meiner Kinder wird. Ach, die Frau meiner Kinder. Ah, ha, 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 ha. Die Frau meiner ist jetzt gecheckt, so. Ach so. Die Frau. Ich hab' mir überlegt so, ey, was? Ist doch alles richtig? Dann so, die Frau seiner Kinder. Ich hab' ich auch beim, bei Zemax. Wie kann denn so einer so viel Reichweite bekommen und so rich werden? Ey, was ist mit unserer Gesellschaft los? Guck' mich an. Intelligenzbestie, 80. Muss jetzt ich? Ich hab' 1000 Hüte. Das ist unangenehm. Sie sind ja alle lüchter. Boah, bei der Party wär' ich auch gern dabei gewesen. Ne. Alter. Also nein. Also wenn ich so alt gewinnen wär' как die. Wenn ich so alt gewinnen wär' wie die. Ja du bist 28. Das ist gut. Befrieden würde ich nie vergessen. Er sieht Thomas aus der ehemaligen Ah, Thomas! Danke für die Dodo, Bro! Na ja, es geht bei denen ab. Gut gesagt, derjenige, der Zelda damals gespielt hat und mit der Hand seine Hand angebeult hat. Wie heißt das, wenn der Beule kriegt davon, was Fett auf den Tisch gehauen hat? Ja, hab mich gemacht. Oder Dosenwurst, der pfetzt. Heute um langsam schalten. Echt, so heute mal den Gang zurückschalten, hier. Geht das gar nicht? Nein, wenn man nächste Video drückt. Selbstverteidigung ist als nächstes. Selbstverteidigung! Hallo, mein Fred. Wolle, der Chimax hier. Das ist noch meiner, das war Gebo. Ja, die ist richtig schlecht, Mann. Schmutz, Schmutz. Das ist richtig schlecht. Richtig mies. Das schlechteste Pokémon überhaupt. Schlecht, mies! So, Mann, das macht keinen Spaß mit dem. So, oh. Ui, Mashallah, wenn du auch mal hier hast. Beauty, die ist auch geil, Digga. Sie ist 9. Hä, sie ist 9. Ich habe schon gesehen, so ähnlich. Ja. Und bitte, dass die älter ist als 9. Sie ist 11. Das war im letzten Video. Letzten Video von Hungry Hoku. Da war das mit 9 Jahren, glaube ich. Diesen 9, am Ende. Oder nicht, bei Sascha war das. Sascha unsympathisch, da kam das vor, genau. Kann ich das nicht mit der Schere einfach oben aufschneiden? Boah, wenn du in die Karten kommst, ist es kritisch. Nein, komm ich nicht wieder. Du steigst aber richtig eng an den Karten dran. Oh mein Gott. Hat es erwischt? Oh nein, die Karten dürfte nicht runterfallen oder knicken. Ach so, da ist ein... Oh mein Gott, der Ei. Was ist das denn? Du kennst dich besser aus wie ich hier. Was ist das denn hier Schönes? Ach, warte, jetzt kommt hier auch noch mein Ton. Jetzt ist er... Was macht der jetzt da? Was ist so ein Ding? Wie alt bist du? 10 10? Das ist ein neuer Rekord. 4 Rekord? Das ist ein neuer Rekord. 16 Wie bitte? 16 Kild. Sehr gut, sehr gut. Womit redest du mit mir? Redest du über ein USB-Stick? Redest du? Was ist für ein Gespräch? Was war das gerade für ein Gespräch? WTF? Die reden ja von aneinander vorbei. Redest du über ein USB-Stick? Was, USB? Ich geh auch über ein USB rein. Hört ihr mich besser, Leute? Oh Mann, ey. Monat 24 Hälfte Einkommenssteuer Im Monat 12 K Smartsteuer Sehr gut. Und du bist das Gewicht drauf, kannst du selber drauf geben, dass ich da irgendwas an der Pflaume zerquetsche. Hä? Jede schlechte Phase, die du hast in deinem Leben ist augenscheinlich erst mal schlecht. Das ist eine schlechte Phase. Ah. Boah, alter Schwede, sieht die geil aus, die da jetzt herläuft. Guck mal jetzt, die jetzt vorbeirennt gleich. Morning. Morning. Nope. Die hören mich alle nicht. Das ist der Keller. Der wird auch, da gibt es auch noch eine Expedition in den Keller hinein. Haben wir ja schon gesehen, wie der ungefähr aussieht. Die Bar, ey, diese Bar. Kein Alkohol mehr, was? Ey, ich hab die Regie sagen wollen, nicht mehr trinken, oder was? Was war das für ein Camp? War das das Horror Camp? Ja, wahrscheinlich, ne? Keller, der wird auch, da gibt es auch noch eine Expedition in den Keller hinein. Haben wir ja schon gesehen, wie der ungefähr aussieht. Die Regie. Die Bar, ey, diese Bar. Two seconds later. Oh, Pixel Wolf. Hast du hier gesnitcht? Nope. Bist du deine B***? Ja. Bist du broke? Nope. Lickst du B***? Ja. Was? Du bist 20.000 hoch von mir. Für dieses Spielhahn. Ja. 18 ist okay? Achso, achso, ah, okay. Nice. Na, cool. Ich fand auch das andere Video lustiger, muss ich sagen. Also, ich fand das, äh, das Video hier vorher war ein bisschen funnier, aber auch schon drauf reagiert. Aber ja, trotzdem nice. Daumen geht's hoch. Coole Videos. Wenn ihr mehr davon habt, von Hungryogo, lasst einen Deigen hoch da. Kommt auf Twitch vorbei, jeden Abend, 19 Uhr. Dann sehen wir uns. Tschüss. Yo, ich bin dein Profi. Profi. Ich profil nur mit B, so wie Brody. Wan. Ich bin dein Profi. Ich bin dein Profi.